Hallo Leute, ich bin Emmi. Emmi, Clara, Carla von Candice. Ich bin eine echte Prinzessin. Ja wirklich! Ich wohne in einem wunderschönen Schloss im Königreich Candice. Hier ist jeder Tag ein großes Abenteuer. Kommt mit und lasst euch überraschen! Zum Glück ist mein Leben nicht so langweilig, wie das der Prinzessinnen aus meinen Märchenbüchern. Ich kann den ganzen Tag herumtoben, wenn ich Lust dazu habe. Eigentlich bin ich ein ganz normales Mädchen. Mir fällt öfter mal etwas runter und ich ärgere mich manchmal über die Erwachsenen, wie jedes Kind eben. Wenn da nicht mein großes Geheimnis wäre, soll ich es euch verraten? Ich habe 26 Pferde. Das ist natürlich toll, aber nicht das Geheimnis. Denn keiner im Königreich Candice weiß, dass ich auch mit meinen Pferden sprechen kann. Wie? Das glaubt ihr mir nicht? Dann schaut doch mal bei mir und meinen Pferden vorbei. Das ist der Stall, in dem meine 26 Lieblinge wohnen. Da trage ich natürlich keine feinen Prinzessinnenkleider, sondern am liebsten Reithosen und Gummistiefel. Meine Pferde sind immer für mich da, wenn ich einen guten Rad brauche. Ich habe 26 Pferde, so viele, wie das Alphabet Buchstaben hat. Zum Beispiel Anna, ein wunderschönes, super schlaues Pferd. Und die heimliche Chefin der Herde. Oder Bertha, die davon träumt sich mit den Jungs zu messen. So wie der freche und clevere Cäsar, eins meiner viereinhalb Lieblingspferde. Ach, das dauert mir jetzt zu lange. Du wirst sie schon noch alle kennenlernen. Natürlich wohne ich nicht alleine mit meinen Pferden auf Schloss Kobalt. Meine Eltern und mein Bruder Moritz sind ja auch noch da. Und unser Schloss Kater Rockfried. Ab und zu kommt mein bester Freund David aus dem kleinen Stilteam Kokolorus vorbeigeradelt. Möchtest du uns auch mal besuchen? Dann schaut vorbei auf www.prinzessin-emmy.de und ruft die meds Die Räume in der Kirche Die Bräume in der Kirche